Ich bin da da! Frank ist gerade knapp bei Kasse. Nase gemacht. Wo warst denn du? Mensch Herbert, ich hab auf dich gewartet. Drei Stunden saß ich hier nicht gar nicht. Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, du sollst hier auf dich warten. Nächste Woche holst du den Titel. Kann deine Familie stolz auf dich sein. Herbert? Alles gut bei dir? So eine kleine Schwäche. Nichts ernstes. Hallo Sandra. Was willst du? Warum rennst du mir nach? Kleines Schwängelchen. Du kannst mir im Krügstück kein Geld eintragen. Nur Sandra, mir geht's nicht gut. Ist mir egal, wie's dir geht. Herbert! Sie haben zu mir gesagt, du kommst zu mir wieder. Ich hab ne Enkel. Ich will sie singen. Ich will sie singen. Mach dir doch nichts vor. Ich bin Boxer mal in der Nummer gewesen. Und wenn das mein letzter Kampf sein soll, dann ist das so. ist das so. Die Muskeln gehen weg. Mein ganzer Körper. Hallo. Hallo. Genau. Und wenn das wächelt, dann kommt dann... dann noch stickt man. Esst du genug? Du siehst ja aus wie ne Schildkröte. Hm? Hm? Du siehst ja aus wie ne Schildkröte. Jan FöAC Dilosan tears. Untertitelung des ZDF, 2020